So, weiter geht's. In der letzten Folge haben wir die gute Abby ausgeschaltet. Ich packe mal die Waffe gerade weg. So. Mal gucken, was wir als nächstes haben. Eine Mission. Hier unten ist noch irgendwas. Ein... Eine Person finden. Okay, dann machen wir heute mal einen kleinen... Wir haben mal wieder eine Recruitenaufgabe heute. Ich brauche ein Fahrzeug. Das Geilste ist, dass ich da nur... Ja, ich hab's vergessen. Wir sind in den Hängern. Wir haben Linksverkehr. Kann ich den jetzt irgendwie hacken? Entschuldigung. Ich muss ja das gerade mal machen. Los, wir gehen mal ein bisschen. Wir gehen mal ein bisschen... Wir haben, glaube ich, gerade... Haben wir überhaupt eine Hauptmission gerade offen? Außer die eine jetzt? Nö, ne? Okay, dann müssen wir es halt so jetzt irgendwie richten. Wir haben einen Entertainer, den wir zu finden haben. Das heißt, wir meinen... Wahrscheinlich in dieser Folge und in der nächsten Folge, je nachdem, wenn jetzt nichts Großes kommt, äh... Unsere Rekruten finden. Ich hoffe, dass wir weiterkommen dann noch. Schade, wie gesagt, dass wir keine Hauptmission gerade haben. Ja, das wäre bestimmt jetzt das sinnvollste, aber... Okay, alles gut. Ja, es gehört ja auch immer ein bisschen dazu, ein bisschen Nebenaufgaben zu machen hier, ne? In den Watschocks. Und das wollen wir ja machen heute. So. Lупsi. So. Ausschärmen, findet den Verdächtigen. Hä? Ohne, suche. Da komme ich nicht hoch, ne? Scheiße. Da komme ich nicht hoch. Komme ich da ganz hoch, ne? Da hoch, da hoch. Nein, ich bin drin. So, starte mal eine Rekrutierung. Man muss es nur zu helfen wissen. Schick an ihr jemand anderen, okay? Ich mach nichts Verbotenes. Immer mit der Ruhe. Okay, okay, entschuldige. Albion macht schon den ganzen Tag Stress. Ich dachte, du gehörst auch dazu. Ganz ruhig. Sag mir einfach, wo das Problem liegt. Vielleicht können wir helfen. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Plötzlich kleben sie mir jedes Mal am Arsch, wenn ich durch einen Kontrollpunkt gehe. Oder jemand macht mit CTO-S Falschmeldungen über mich. Könnte sein. Fehlt dir jemand ein, der etwas gegen dich haben könnte? Ha, mein Erschein sorgt meistens nicht für Begeisterungsstürme. Ich habe viele Feinde. Könnt ihr für mich im System rumschnüffeln, was die Leute über mich sagen? Hilf mir dabei. Und du wirst es nicht bereuen, wenn du weißt, was ich meine. Okay. Wir kümmern uns drum. Gut. Rekrutiere Heli Robertson. Irgendwelche Ideen? Wir haben bereits eine CTO-S Backdoor, aber alle Berichte sind anonymisiert. Wenn du wissen willst, wer es auf unsere Freundin abgesehen hat, brauche ich eine Verbindung zu einem Regierungsserver. Ausgezeichnet. Holen wir uns die Daten. Schick mir den Standort. So, wir sollen Daten herunterladen. Okay. Bei meinem Glück haben wir natürlich da wieder Feindpräsenz. So, jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, ein Tor aufzumachen. Oder zumindest, um mir mal einen halbwegs vernünftigen Weg nach draußen zu besorgen. Zum Beispiel sowas. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ich habe irgendwo einen Roller. Okay. Dann nehme ich mal das Auto hier mit. So. So, ich habe irgendwo einen Roller. Aber ist jetzt gerade egal. Boah, das Ding fährt hier aber auch wie sowas. Entschuldigung. So, da gucken wir mal, was wir jetzt noch hinkriegen. Ja, ich weiß, dass die Folgen momentan etwas kurz sind. Liegt aber auch momentan ein bisschen an der Zeit, die ich nicht habe. Ähm. Da hat es sich aber auch unter anderem meine Missionslänge. Ich versuche ja mal Missionsweise zu reinzuschauen. Ach, natürlich. Ich bin da. Der Server ist irgendwo da drin. Wenn du verbunden bist, können wir genau sehen, woher diese gefakten Meldungen kommen. Wird gemacht. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich nicht durch direkt das Haupttor reinhüpfe. Scheinbar ist das so der Fall. Ich habe hier irgendwo eine Kamera, wo ich manchmal ein bisschen umgucken kann. Na, ich werde überraschen. An alle Einheiten, an alle Einheiten, fahren Sie zum Alarmstandort. Ich versuche jetzt gerade mal meine Feinde weg zu snacken hier. Einfach mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Wie haben wir denn noch vier, ne? Dann kommt der, meine Freunde, kommt der her. Tot. Wollte ich freiwillig herkommen? Oder? Tot. Zwei haben wir noch. Ich weiß nicht, wo sie sind. Das ist das Problem. Die könnten aber auch ganz oben sein. Gehen wir mal rein. Die werden schon kommen, wenn sie mich wollen. Erster Tod. Ich bin ganz allein. Ich gehe in Deckung. Was ist der denn? Wie gesagt, nochmal, wenn sie mich haben will, soll sie kommen. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht wehre, aber... Ist da noch jemand? Ich rücke vor. Die Zielperson war eben noch da. Bist du hier oben, mein Schatz? Komm her. Dann halt nicht. Wie gesagt, du wirst schon kommen, wenn du mich brauchst. Das heißt, wir müssen hier runter. Das heißt, wir müssen das Ding da aufmachen. Oder auch nicht. Ach, da bist du. Toll, bist du jetzt tot. So. Also, ich nehme die Schlüsselkarte, dann nehme ich die mal mit. Komm her, jetzt ja. Mit der komme ich bestimmt überall rein. Heute sollten wir jetzt keine mehr haben. Das heißt, wir holen uns den Key. Nimm mal den mit. So, und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt überall reinkomme. Haben wir eine Spinner, die war... Ne, aber nicht. Ein Gerät da. Scheiße, ich kann... So, das ist gerade ein bisschen schwierig. So, wird es gerade ein bisschen schwierig werden, da in den Server reinzukommen. Was ist denn das hier? Aha, nichts Wichtiges also. Also, ich kann nicht irgendwie was machen. Darum ist eine Kamera drin, ne? Vielleicht kann ich über die Kamera was machen. Hacken. Moment. Boom. Kann ich hier nichts machen, hier drin oder was? Nein. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie ich da jetzt hinkomme. Und ich bin jetzt auch so schwer. Ja, ich gucke mal, ob ich irgendwo über das Team was machen kann. So, Gerät. Also kein... Ja, ich muss aus dem scheiß Gebiet raus, oder was? Gut, dann wechseln wir kurz den Charakter. Und dann müssen wir nämlich aus dem Gebiet erstmal raus, hier. Weil, ohne die Spinne komme ich, glaube ich, nicht an die Serverdaten. Okay, ich will nicht an den Charakter, oder was ich? Ich glaube, ich bin nur die Steinmeer. Okay. Dann geht's immer wieder die Steinmeer. So, ich glaube, dass ich mich noch nicht ansajoen darf. Und dann ist Essen? Süß. Süß. Süß! 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 Glaube ich zumindest nicht. So, dann gucke ich jetzt gerade mal, ob ich einen Charakter wechseln kann. Weil ich brauche eine Spinne, wahrscheinlich ohne, ohne die kann ich wahrscheinlich nicht ran. So. Na dann, gehen wir mal rein in das Gebiet, weil ich glaube, ich vermute, dass wir mit Feind präsent, sollte ja keiner mehr da sein. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Code 3. Alle Einheiten in der Nähe zum Standort begeben. Hm. Ich schaue, was den Alarm ausgelöst hat. Ach du, ist klar. Ist eine Klare? So. Jetzt haben wir eine kleine, jetzt haben wir die Spinne. Zum Rekrutieren. Ah, beziehungsweise zum. Ja, super. Äh. Ich gucke jetzt, ob ich die, ob ich die irgendwie einsetzen kann. Kann ich die unten einsetzen vielleicht? Oder. Kann ich die jetzt nicht... Ja, ja. Ja, ja. Okay, es ist jetzt eh egal. Es ist tatsächlich egal. Wie komme ich jetzt an die Scheiß... Äh, nee, die Dings da ran. Ich dachte, ich könnte die Spinne jetzt nutzen, um vielleicht da irgendwie was mit mir mal... ...nen Weg freizumachen. Okay. 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 Ge Patreon,ido. Hm. Hm. Keine Möglichkeit, um etwas zu machen. Nehmen wir mal hier noch die Dokumente mit. Die muss ja definitiv oben sein. Ich gucke mal, ob ich da hochkomme. Hacken wir das ganze Ding mal. So, Krypto saugen. So, und ich hätte jetzt gerne irgendwie mal die Spinne ausgerüstet. Wenn das geht. Ich will wieder reinkommen jetzt mal. Äh, ne. Ich wollte nicht raus. Ich wollte rein wieder. Bin ich gerade so blöd, dass ich jetzt die Spiele nicht ausrüsten kann? Bing, Geräte... Dazu muss ich aber doch erstmal da reinkommen, oder nicht? Soll ich es nicht so gut, dass ich es nicht so gut, dass ich es nicht so gut. Okay. Ja, ich weiß, dass ich da... Entweder bin ich jetzt gerade so blöd, das Ding hier zu machen, weil ich muss ja eigentlich da unten das Ding hier aufmachen, oder nicht? Geil. Ohne Katze ist ja knicken. Ich weiß nicht, wie ich da sonst reinkommen soll. Ich bin gerade ein bisschen... Naja, überfragt, muss ich sagen. Das muss halt... Das ist halt das hier, ne, aber... Ah, ernsthaft. So viel zum Thema. Man sollte näher rangehen. Ja, probieren wir es trotzdem in der nächsten Folge nochmal mit dem Öffnen hier. Okay. 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 Okay.